Musik Jörg Vogelmann, 31 Jahre alt, in Bietigheim-Bissingen aufgewachsen und wohnhaft im Stadtteil Buch, ist Doktorand im Fach Internationale Politik an der Universität Köln und war unter anderem Lehrbeauftragter für internationale Beziehungen an der Universität Stuttgart. Er ist seit längerem in Bietigheim-Bissingen und dem Kreis Ludwigsburg politisch engagiert. Daneben spielt er wöchentlich Volleyball in Bissingen und ist als Posaunist in verschiedenen Orchestern in der Region aktiv. Jörg Vogelmann, 31 Jahre alt, Doktorand im Fach Internationale Politik. Wir alle sind Bietigheim-Bissingen.